Meine Predigt heute heißt die Tat nach dem Gebet. Wir wissen, dass nach dem Winter immer der Frühling kommt. Und die Männer holen den Rasenmäher heraus und versuchen, ihn anzumachen. Genauso habe auch ich es gemacht. Zu mir kommt meine Enkelin und fragt, was möchtest du tun? Ich sagte, ja, ich versuche, das hier anzuschalten. Sie sagt, ach, das ist leicht. Und es ist weggegangen. Mein Herz war ganz berührt. Ich weiß ganz genau, es ist jedes Jahr immer schwer. Und ich sagte, okay, ich werde nach meinem Glauben handeln und versuchen. Ich versuche, den in Gang zu bringen, den Rasenmäher, aber es funktioniert nicht. Ich dachte, oh nein, ich muss schon wieder von vorn anfangen. Ich habe frisches Öl, frisch und Benzin eingefüllt. Ich habe den Filter gereinigt. Ich habe die Zündkerze herausgeholt, sie sauber gemacht, alles gemacht. Ich versuche, es zum Laufen zu bringen und es geht nicht. Also, ihr Wort leicht hat mich zwei Stunden gekostet. Ich habe schon wieder die Zündkerze herausgeholt, sie geprüft und der Funke kam. Ich dachte, okay, ich habe noch eine andere Zündkerze, ich werde die einbauen. Ich habe sie eingebaut, habe die Schnur gezogen und der Rasenmäher funktionierte. Also, von der alten Zündkerze gab es einen Funken, aber er war viel zu schwach, er konnte den Motor nicht einschalten. Ich weiß jetzt, wie es läuft, ich hatte das schon mehrmals. Es war das erste Mal und jetzt verstehe ich, der Funke kann da sein, aber manchmal ist er einfach zu schwach. Manchmal ist es in unserem Gebetsleben genauso. Wir haben einen Funken, aber der ist zu schwach. So ein halbherziges Gebet am Morgen, ein halbherziges Gebet am Abend. Der Funke ist zwar da, aber der Motor läuft nicht. Nicht so, wie er laufen sollte. Und das ist auch gar nicht so erstaunlich, weil wir haben einen Feind. Ihr wisst, wer der Feind ist. Das ist unsere Faulheit oder ein kleiner Glaubiger, ein kleiner Glauben. Das ist das Verzögerung. Oder auch, wenn du enttäuscht bist. Ich denke, was wir brauchen, ist die Böse Gäste Liebe, die Böse Gäste, das am Morgen. Und ich dachte mir, was brauchen wir, damit der Funken übergeht? Wir brauchen den Funken von Gottes Liebe. Genau am Morgen muss es schon anfangen. Wenn ich morgens aufstehe und nicht beten will, dann muss ich denken, Gott, du hast mich erwählt, nicht ich dich. Du hast mich zuerst geliebt und nicht ich dich. Wenn man einem guterzogenen Menschen etwas tut, etwas Gutes tut, dann sagt dieser Mensch dir Danke. Unser Gott ist noch viel mehr wert. Er ist es wert, dass wir ihm Danke sagen. Wenn du morgens aufstehst und nicht wirklich beten willst, dann erinnere dich, Gott liebt dich. Manchmal verstehen wir das nicht ganz. Ich wache morgens auf und ich sage, Gott, du liebst mich. Manchmal musst du dich fast schon selbst überzeugen. Gott, du liebst mich. Und wenn das alles an dich eindringt, fängt dieses Gebet der Dankbarkeit an. Herr, ich danke dir, dass du mich liebst im Namen von Jesus Christus. Vater, ich danke dir für deine Gnade und Barmherzigkeit, die du mir gebt. Ich danke dir, dass du mich jeden Tag durch alle Schwierigkeiten durchführst. Ich danke dir, dass du mich erfüllst mit deiner Kraft. Wenn wir beten, wird das alles Realität in unserem Leben. Durch das Gebet erhalten wir die Kraft Gottes. Das ist real. Noch eineinhalb Jahre zuvor habe ich in Schichten gearbeitet und ich hatte keine Kraft mehr. Und ich habe gebetet, Herr, gib mir bitte die Kraft. Und ich habe reale physische Kraft erhalten. Am Ende der Schicht waren da junge Menschen, die sind nach Hause gegangen, waren schon am Einschlafen. Und ich ging mir rauf. Sie schauten mich an und sagten, wir verstehen das nicht. Wie kannst du noch so fit sein? Und heute weiß ich es und ich bin erstaunt darüber, dass Gott mir diese Kraft gegeben hat. Und er verändert sich nicht. In der Bibel sind so viele Beispiele. Zum Beispiel Samson der Nazareer. Er geht in den Weinberg, da kommt ein Löwe und brüllt ihn an. Wenn ein Löwe dich anbrüllt, was will er? Dich fressen. Der Geist Gottes kommt auf Samson, er erhält Kraft. Und mit seinen bloßen Händen zerreißt er diesen Löwen wie ein kleines Zicklein. So eine Kraft kann Gott, der Herr, uns geben. Oder er reißt einen riesigen Zaun mit diesem Pfahl, der in der Erde ist, heraus und trägt ihn auf seinen Schultern. Ich sagte Gott, okay, das mit dem Löwen kann ich ja noch verstehen. Aber warum hat er dieses Tor herausgerissen und auf den Berg gebracht? Wisst ihr, dem einen gibt Gott Kraft, damit er seine Schicht beenden kann. Und jemandem gibt er Kraft, um einen Löwen zu zerreißen. Und manchmal ist einer einfach krank, liegt im Bett und er braucht Kraft, um bis zur Toilette zu kommen. Und wenn wir in unserer Not heraus beten, dann gibt Gott uns die Kraft genau so viel, wie wir selber brauchen. Natürlich gibt Gott der Herr uns physische Kraft und geistliche Kraft. Ihr kennt alle diese Geschichte, als Jesus sich zum Feigenbaum drehte und ihm etwas sagte und der Feigenbaum verdorrte. Und die Jünger waren sehr erstaunt. Gott, warum hast du das gemacht, Jesus? Matthäus 21, 21 und 22, Jesus Christus antwortet. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr fest glaubt und nicht zweifelt, könnt ihr auch solche Dinge tun und noch viel mehr als das. Ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen, hebe dich im Po und wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Wenn ihr glaubt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr im Gebet bittet. Итак, Jesus Christus sagt, wenn ihr im Gebet mit Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten. Und dann kommt so ein süßes Wort. Alles, worum ihr bittet, werdet ihr bekommen. Nein, aber das ist doch ein märchenhaftes Versprechen. Ist das wirklich wahr? Jesus Christus sagt, dass es nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist. Und wie er hier sagte, ich versichere euch. Wir haben heute schon darüber geredet, wenn wir das Wort Gottes, das in der Bibel steht, nicht richtig verstehen, dann sind wir enttäuscht. Jesus Christus hat gesagt, ihr werdet alles bekommen und ich bete, aber bekomme nichts. Was für ein Sinn liegt dann im Gebet? Oh, Enttäuschung ist ein großer Feind, der unseren Glauben zerstören kann. Aber wenn wir sein Wort wirklich richtig verstehen, erhalten wir seine Kraft. Jesus Christus hat gesagt, wenn ihr durch den Glauben betet, werdet ihr Berge versetzen können. Aber wir wissen alle aus der Schrift, dass Jesus Christus mit seinem Gebet nicht einen einzigen Berg versetzt hat. Und ich kenne keinen einzigen Menschen, der durch den Gebet auch nur einen Stein bewegen konnte. Also was verspricht uns Gott hier? Jesus Christus hier sagt, ich gebe euch die Möglichkeit zu wirken. Jetzt passt auf, wir beten, bitten Gott um etwas, und gehen und tun. Und wenn wir gehen und anfangen zu tun, dann gibt er uns Kraft. Das heißt, wenn ich bete, aber ich gehe nicht los, um etwas zu tun, dann werde ich die Kraft Gottes in meinem Wirken nicht sehen. Das heißt, молitven ist ein nelögischer Weg, um einen Weg zu bekommen, um einen Antwort zu bekommen. Das heißt nicht, dass das Gebet der einfache Weg ist. Du betest und behältst sofort, was du brauchst. Herr, ich gebe dir alle meine Probleme. Ich glaube dir. Du wirst alles regeln, ich warte ein bisschen. In dieser Kraft gibt es keine Kraft. Ich sage, wenn ich mir die Kraft mache, ich sage, Herr, hilf mir, etwas zu tun. Und dann kommt die Kraft Gottes. Er gibt uns die Möglichkeit, etwas zu tun, zu wirken. Das Gebet ist eine Möglichkeit, den schweren Weg durchzugehen. Aber das ist nicht die Chance, jetzt den leichten Weg zu wählen. Wenn wir beten, dann gibt Gott uns die Kraft, diesen Berg voller Probleme zu bewegen. Dann arbeitet Gott mit uns zusammen, durch seine Kraft. Wenn Gott alles für uns tun würde, Herr, ich werde beten, und du wirst das schon regeln, dann hätte das Gebet einen negativen Effekt. Wenn du mich fragst, was meinst du damit, würde ich dir sagen, ich wäre dann faul und absolut unfähig. Das stimmt doch, oder? Warum soll ich denn beten? Ich werde ganz kurz etwas sagen, Gott wird alles tun, für mich und überhaupt. Wenn wir in diesem Welt sehen, wenn die Eltern für ihre Kinder alles zu regeln, alles zu tun, wir sehen das sogar in dieser Welt, wenn die Eltern anfangen, für ihre Kinder alles zu regeln, alles zu tun. Wie werden dann die Kinder, wenn sie erwachsen sind? faul und unfähig. Gott liebt uns so sehr, und er sagt, ohne euch werde ich nichts tun. Wer mag schon einen faulen und unfähigen Menschen? Wir haben heute über Verurteilung gesprochen. Aber du weißt genau, wenn du einen faulen und unfähigen Menschen vor dir hast. Und das ist wahr. Gott sagt, ich will nicht, dass ihr faul seid. Betet, und ich werde euch die Kraft geben. Das Gebet ist die Möglichkeit, Gottes Kraft zu erhalten. Und damit wir mit Gottes Hilfe alles hindurchgehen können, durch alle Schwierigkeiten. Oh Gott, ich danke dir, Herr. Und der Herr gibt uns nicht nur physische Kraft, sondern auch geistliche. Der Apostel Paulus sagt, Gott gab mir solche Offenbarungen, dass ich das nicht mehr ausgehalten habe, und der Stolz anfing, in mir zu wachsen. Und dann sagt er, du brauchst ein Leiden in deinem Körper. Und dann sagt er, und dann sagte Paulus, ein Engel kam zu mir und gab mir Leiden. Und 2 Korinther 8, 9 Stich. In 2 Korinther 12, 8 und 9 steht, Drei Mal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ich glaube, dass Apostel Paulus mit Kraft, mit Leidenschaft gebetet hat, und bat Gott um etwas Gutes. Er sagte, Herr, nimm doch das weg von mir, befreie mich. Das stört mich, dir zu dienen. Das ist ein gutes Gebet. Aber Gott, der Herr, sagt, nein, nein, nein. Du brauchst diese Schwäche, ich weiß es besser. Es ist erstaunlich, aber Gott sagt, mit dieser Schwäche wirst du noch besser dienen können. Und als Paulus es verstanden hat, sagte er, ich will lieber diese Schwäche, dieses Leiden behalten, denn dadurch wird die Kraft Jesu noch gewaltiger sichtbar. Also hier in dieser Stelle verstehen wir, dass er sagt, ich möchte nicht, dass du durch deine eigene Kraft handelst. Nimm meine Kraft an und durch deine Schwäche wird meine Kraft erst wirklich sichtbar. Apostel Paulus war kein starker Mann. Aber was für Taten brachte er durch Paulus hervor? Auferweckungen, Heilungen, Wundertaten. То есть, Apostel Paulus и шел, проповедовал и говорил, Иисус Христос ist Господь und er hat gepredigt, Jesus Christus ist euer Herr und er ist euer Erretter. Und die Kraft Gottes hat das bestätigt. Wie ich schon sagte, durch Heilungen und andere Wunder. Apostel Paulus, neugierter Apostel Paulus und die Kraft Gottes hat das bestätigt. Und diesen Apostel, den hat man gefangen genommen und ins Gefängnis geworfen. Ich habe mir gedacht, ich hätte in der Türe sitzen und gesagt, Gott, помогi mir, выtaxi mich отсюда, warum ich mich сюда попал. Und ich dachte, oh, wenn ich an seiner Stelle im Knast sitzen würde, hätte ich gebetet, Herr, warum sitze ich hier? Ich bin noch unschuldig, hilf mir hier wieder rauszukommen. Aber er mit der Kraft und durch die Kraft Gottes sitzt er da angekettet an die Wand und preist den Herrn mit Liedern. Und die anderen, die dort im Gefängnis mit ihm saßen, haben gehört, wie er Lieder singt. Und ich dachte, interessant, ich habe noch nie darüber nachgedacht, was haben die da eigentlich gesungen. Ich glaube, die haben gesungen, wie großartig Gott ist, wie mächtig bist du, wie stark du bist. Und ich stelle mir das so vor, als sie sagten, Gott, wie stark doch du bist, dieses Erdbeben kam. Gott sagt, er hat mich in der Türen, in der Kandale, verschlägt mich. Gott sagte zu sich, sogar im Gefängnis angekettet, preist er mich. Und ich werde mich verherrlichen durch ihn. Und wir lesen weiter, wie diese Ketten von ihm abfielen, das Tor sich öffnete und er frei war. Gott ist groß. Schaut mal, er sagt, Gott, nimm dieses Leiden von mir und Gott sagt, nein, das mache ich nicht. Und hier sitzt er im Gefängnis, preist Gott und er bittet gar nicht darum, dass er ihn befreit vom Gefängnis, aber Gott tut es. Wenn wir von ganzem Herzen ihm dienen, er weiß genau, was besser für uns ist. Denn immer müssen wir wissen, dass seine Herrlichkeit bei uns ist. Und das Gebet hilft uns, die Situation zu sehen, zu verstehen, durchzugehen und der Sieger zu sein am Ende. Jesus Christus, als Jesus Christus im Garten gezähmert war, hat er zu Gott gebetet. Vater, wenn es nur möglich ist, dann lass diesen Kelchern mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Wofür brauchte Gott dieses Gebet? Dieses Gebet war wichtig, damit er diese Situation, in der er ist, annehmen konnte. Er konnte das nicht umgehen, er wusste, dass er hindurch muss. Und die Schrift sagt, dass seine Seele tödlich verletzt war. Aber als er das angenommen hat, die Situation einverstanden war mit dem Willen Gottes, dann hat die Kraft Gottes ihm geholfen, aufs Kreuz zu gehen. Und die Kraft Gottes hat ihn zur Herrlichkeit und auch Verstehung gebracht. Jesus Christus warnte seine Jünger, er sagte, betet, damit ihr jetzt nicht in Versuchung kommt. Jesus Christus und die Jünger hat diese Situation überwältigt und er hat gesiegt. Die Jünger wussten, sie müssen beten, aber sie taten es nicht. Und sie sind eingeschlafen und sind in die Versuchen gelangt. Und sie hat es nicht in Versuchung, sie haben gesagt, dass sie uns beten, führe uns durch diese Versuchungen hindurch. Gib uns Kraft, dort als Sieger herauszugehen. Wir haben heute schon darüber gesprochen, jeder Mensch hat eigene Schwächen. Und der Feind, der Teufel, kennt unsere Schwächen. Er versucht uns, hat es getan und tut es weiter. Deswegen sagt Jesus Christus, wenn ihr schlafen werdet während einer Versuchung, werdet ihr in die Sünde fallen. Aber wenn ihr betet, dann werden wir gemeinsam durch diese Schwierigkeiten hindurchgehen. Auch wenn ich durchs finstere Teil der Furcht gehe, so fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Schon damals hat Gott durch die Psalmen Davids gesagt, ich werde euch führen. Durch alle eure Versuchungen. Er hat nicht gesagt, ich befreue euch davon, ihr werdet völlig problemlos sein. Er sagt, wenn du in Schwierigkeiten und Probleme steckst, dann werde ich mit dir gehen, mit mir zusammen werden wir durchgehen. In der Bibel gibt es sehr viele Beispiele, als die Menschen beteten, Gott kam, sie befreite, ihnen half, und es Wunder geschah. Aber Gott führt dich nicht immer von einer Tragödie weg. Nicht immer befreit er dich aus schlimmen Situationen. Aber er gibt uns die Möglichkeit, hindurchzugehen, das durchzuleben, stark zu bleiben, durch alle Schwierigkeiten, Tragödien und Situationen. Darum, wenn wir die Kraft Gottes in unserem Leben sehen möchten, werden wir nicht den leichten Weg suchen. Weil, wenn du nicht die Antwort erhältst, die du eigentlich wolltest, wirst du enttäuscht sein. Aber du sollst wissen, wenn du durch den schwierigen Weg gehst, wird die Kraft Gottes sichtbar werden. Und du wirst den Sieg sehen. Darum sagt die Schrift, hört nicht auf zu beten und werdet nicht mürber. Gott ist mit uns, Amen. Sag dir, Gott ist mit mir. Gott, du liebst mich. Du hast mich erwählt. Du gibst mir die Kraft zum Leben. Du wirst mich nie verlassen. Du wirst nie weggehen. Du wirst mich nie weggehen. Du erfüllst mich mit Kraft. Herr, wir danken dir, dass du immer mit uns bist. Wir danken dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, zu wirken. Herr, wir danken dir, dass du uns hindurchführst, durch alle Schwierigkeiten. Herr, nur durch dich können wir die Berge der Probleme und Schwierigkeiten bewegen. Und nur durch dich, Herr, gehen wir durch Versuchungen hin und durch. Und du hast uns den Auftrag gegeben. Du hast gesagt, betet unaufhörlich. Darum, meine Lieben, das Fazit dieser Predigt ist, komm, wir suchen nicht den leichten Weg, den leichten Weg, wo es dem Herrn einfach unmöglich ist, seine Heiligkeit und seine Kraft wirksam zu zeigen. Wir glauben, dass wir in seiner Hand sind. Und wo wir hindurch gehen, gehen wir mit ihm durch. Durch jede Situation. Jesus Christus hing am Kreuz, die Leute dachten, es ist peinlich. Aber dann hat Gott, der Vater, ihn durch seinen Geist, durch seine Kraft wieder auferweckt. Und die Menschen haben diese Herrlichkeit gesetzt. Manchmal denkst du, oh, ich bin ein Christ und ich bin in so eine peinliche Situation gelangt. Aber Gott, der Herr, verspricht dir, ich führe dich durch. Все, was du nicht überrasst, ich werde es dir geben. Er sagt, bete mit Glauben. Bitte das Gute. Und du wirst meine Kraft und den Sieg sehen. Halleluja. Deswegen werden wir nicht enttäuscht und zweifelnd. Sei nicht enttäuscht. Denn Jesus Christus hat gesagt, wahrlich, ich versichere euch, alles werde ich euch geben. Alles, was du brauchst. Also verlass dich auf ihn. Bete. Du hast diesen Funken der Liebe Gottes. Von morgen an. Herr, du liebst mich. Ugоворi себя. Povere, dass er mich liebt. Überzeuge dich selbst. Glaube, dass er mich liebt. Вот такой, какой ich bin. So wie ich bin. Но nicht mehr in deinem Herz nicht появятся благодарности. Und ihr werdet in eurem Herzen Dankbarkeit verspürt. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Mein Gott, du bist so übernatürlich. Du gibst mir so viel Kraft. Ich danke dir. Das Herz ist voll mit Dankbarkeit und es überfließt aus deinem Herzen, so wie dieser Motor plötzlich eingeschaltet wurde und funktioniert. Und der Geist Gottes arbeitet in deinem Herzen. Dein Leben verändert sich. Und nachher verwunderst du dich und sagst, das war ich? Wie kann das sein? Ja, das warst du, aber mit Gott. Man denkt, oh, ich werde jetzt in Schwierigkeiten hineinkommen. Aber nein, du warst siegreich. Und mir gefiel, wie ein Bruder einmal sagte, aus einer Zitrone macht Gott immer Limonade. Unser Gott ist ein Treuer. Niemals verlässt er uns. Ihm sei der Dank. Halleluja, sag ich, danke dir, mein Herr. Sag ihm, danke dir, mein Herr. Halleluja. Pust dein Herz voll ist mit Dankbarkeit. Amen. Bудьте благословен. Seid gesegnet.